Beispiele paranormale Tonbandstimmen. Ah, jetzt sind die Gymnasie im Kennex mit Platinum Amex. In der Haus wie dein Aquarium, Ennis, ich halt mir die Bitches warm, keine da gut. Dein Hype hält paar Wochen wie Hennet-Tattoos, vive Paris. Bon Appetit, noch immer nicht mag ich die Gendarmerie. Wir essen zu zweit mit vier Kellnern am Tisch. Ich mach das Geld und das Geld macht nicht mich. Deutschrapper sind so Zerleistungsempfänger. Guck in meinen Kleiderschrank, schweigen der Lämmer. Kam von meinem Namen auf Hochhäuser-Tecken. Zu unter goldenen Kronleuchtern Essen. Ah, soll ich im Finger krümmen, müssen 20 Mille sein. Ah, fick dein Fashionstar ab und dann fick Philipp Klein. Der rote Faden ist Hype. Ist das Sklavenarbeit? Der Schritt ist für ich und ich. Jetzt ist der Adler Mike. Möchten Sie dann noch mehr hören? Ich mach den Sound für die Dealer im Hof. Ich mach den Sound für die Diva auf Cooks. Dinner-Dates, ah, Rendezvous. Ah, fasse in der Textilbranche Fuß. Safe, du bist fake. Safe, ich bin real. Millionen auf dem Konto und Facebook-Profil. Das i-Tüpfel ich hier meiner Diskografie. Proletariat zu Aristokratie. Der letzte Cowboy wie Clint Eastwood. Für die Pussys gemacht wie Intim-Schmuck. Ignoranz in meinem Text wie ein Nazi-Geseng. Stehen die Bushido, McCartney und Lennon. Ah. Classic droppt und die Rap-Szene leidet an Todesangst. Ah. Wir sind der Shit und das liegt auf der Hand wie ein Rosenkratz. Der rote Faden ist Hype. Ist das Sklavenarbeit? Der Schritt ist für ich und ich. Jetzt ist der Adler Mike. Der Schritt ist für dich. Der Schritt ist für dich.